So, Schwäßchen in die Höhle hier. Och, die Kursche ist dreckig. Hallo. Hallo, Schnecke. Was macht denn für ein Knot? Und das ist bequem, ja? Wo muss der Mann sein, dass die der Unregen. So kommen wir hin. Blitzer, leider. Jo. Wenn es bequem ist, warum nicht? Hm, du. Wenn es bequem ist, ne? Na gut. Dann schlaf mal heute stufenbettmäßig. Gute Nacht.